Herzlich Willkommen, ihr Missgeburten! Zurück zu Let's Battle Minecraft. Ich hab Eisen und Kohle. Wir sind immer noch im Farmen und wir haben in der letzten Folge beschlossen, dass wir jetzt Strip minen. Ja, dürfen wir heute nicht rum, ihr Missgeburten. Okay, ich wollte auch mal so witzig sein wie du. Ja, ist doch okay. Das ist nicht witzig, aber gut. Das hab ich gesagt. Fackel. Mach ne Fackel, Junge, und fuck mich nicht ab, Mann. Hättest du den Apfel gegessen? Ja, hätte ich den Apfel mal gegessen, ne? Kannst du jetzt mal ne Fackel reinsetzen, Mann! Ich wollte doch nicht. Musst du auf mein Handy gucken. Wichtige Kommentare lesen. Wir arbeiten im Team, Mann. So kann ich nicht arbeiten, Junge. Du vielleicht nicht, ich schon. Jetzt ist fix erst drauf. Der joint aber früh, ne? Ja, jetzt komm, jetzt können wir hier anfangen, Strip zu meinen. Okay, ich mach noch ne Fackel. Jetzt hab ich noch eine. Nice. Cool. Nee, Sticks hab ich nicht. Hast du Sticks? Nein, ich hab nicht mal Holz mit. Oh, nice. Oh, 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 oh. Lava. Ein ganzer See, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber ich hab das Gefühl, ich werd hier was finden. Oh, Eisen. Ich hab das Gefühl, ich nicht. Pass auf, direkt unter uns ist die Lava, ne? Okay. Ich arbeite mich so ein bisschen hoch. Du kannst ja irgendwie da unten ein bisschen rumkrachsen. Und arbeiten. Ich will aber nicht mit der Lava arbeiten. Ja, dann lass mich runter und du gehst hoch. Bin ich doch schon. Ja, dann nimm hier das Eisen mit und ich geh runter. Eisen, Eisen, Eisen. Oh. Nein, ich hab jetzt alles schon eingesammelt. Also dann ist bestimmt noch irgendwo was. Okay. Ja, dann buddle ich mich mal hier rein. Achso, du arbeitest grad mit Dreck, oder? Äh, ne, mit Dingen hier. Äh, kommst du mal bitte her? Ja. Hier, ich hab was, wenn du hier runter kommst, ich hab was hier. Ja, kommst du. Wir müssen nur vorsichtig sein hier. Alles klar. Hier ist zwar überall Lava, aber hier gibt's alles, was wir brauchen. Die waren wir doch schon, oder? Wie bitte? Ist das nicht der See, wo du dich reingebautet hast? Nee. Naja. Ja. Ey, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen doch eigentlich nur Eisen, oder? Zwei Dias. Zwei, drei Dias hätt ich gern noch. Okay. Oh, Gold. Ja, nicht abbauen. Ach doch, du hast ja die Dias. Stimmt. Oh, Creeper. Wollte ihn nur wegschlagen von dir. Oh! Alter. Wo ist das Skelett? Ah, du Missgeburt, alter. Digga, ich bin so konzentriert gerade am Farmen, ne? YouTube ist nichts für mich. YouTube? Ja. Warum? Ja, weil ich viel zu wenig rede, man. Ey, Leute, deabonniert mich bitte. Okay. Geht alles zur Truppe, bitte. Was geht bei ihm ab, ey? Hexe, 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 Hexe! Ja, ich bin auch nicht vergiftet. Hab ihn. Nice. Mal kurz gucken, hat der Gruppe was getroppt? Getroppt? Nee, hat er nicht. Bin missgeburt. Ich bin halt in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo Diamanten finden, ne? Ja. Aber ohne Fackeln ist das ja ziemlich ärzig hier. Oh, Creeper. So. Wo? Ja. Alles klar. Ich war halt gar nicht mal in deiner Nähe irgendwie. Hast du dir den aus... Nee, du? Nee. Deswegen sollten wir nochmal zurück, bevor wir hier zu weit wegrennen. Okay. Achtung, Skelett. Ja. Das Skelettern regt mich gerade nur auf. Hier haben wir. Hier ist der Eingang. Warte. Ja, mach dir einfach einen Waypoint. Dann finden wir es schon. Äh, P, O, I, L, K, M, N, N, B... Ach, B. Alles klar. Äh, Aus... Gang. Ausgang. Die Fläschchen wollte ich nicht. Nö, wozu? Okay. Tränke. Ich weiß nicht. Tränke machen. Aber können wir, glaube ich, eh nicht, ne? Sind wir in die Hölle müssen. Alter! Weißt du, was wir machen? Wir gehen zu, äh, Tom und Slay am alten Standpunkt. Und, äh, gehen in die Hölle. Ja, das wär richtig intelligent. Und holen uns Zeug. Machen wir uns Tränke und dann gehen wir voll ab. Hm. Das bringt uns bestimmt richtig viel, nicht? Doch, ja, komm. Ich mach Vorschläge und du bist immer nicht zufrieden. Ja, wie lang willst du denn fahren, Digga? Drei, drei Jahre oder was? Ja, klar. Was bist du denn eigentlich für ein Untermensch, Mann? Was soll denn der Scheiß? Du sollst am, am Plan bleiben. Ja, grüß auf Erden bin ich. Wir können uns auch selbst ein fucking Portal machen. Nö, will ich nicht. Nö, will ich nicht, Mama. Ich bin schwul, Mama. Ja, alles klar. Ich bin todbreich, bin behindert, Mama. Ja. Naja, schon, schon okay. Willst du sehen, was du davon hast? Ich hab noch mehr Eisen, äh, Gold gefunden. Okay, ich seh einfach nichts, das hat auch keinen Wert so. Guck mal her, du Kackfacke. Ich bin schon hingeflogen, da. Ich hab immer noch keine Dias gefunden, Broly. Mhm. Weg damit, weg damit, weg damit. Und was geht hier so? Weg damit, weg damit. Keine. Also hier geht's nochmal gut weiter. Ja, hier geht's überall ziemlich viel weiter. Oh Gott. Ich brauch nur... Licht. Aber irgendwie ist hier halt nichts vernünftiges. Hier sind immer nur so halbe Sachen. Na gut, ich bin auch auf Höhe 30. Hier werde ich garantiert keine Dias finden, ne? Ich geh mal in die andere Richtung von dem Lavasee. Ach ne, da war ich eben schon. Emerald, aber der bringt ja nichts, ne? Ja, das bringt uns alles nichts. Ich versuche allgemein mal auf der Höhe hier zu bleiben. Ich versuche auch nichts. Fackel wieder mitnehmen. Danke. Hä? Ja, ich weiß, Leute, man sieht gar nichts. Geil wär's halt, wenn du die Fackel in der Hand hättest, wenn die dann auch Licht machen würde. Wie bist du denn? Hä? 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 Lol. Also ich war... ich bin doch da hinten schon. Aber da war auch nicht wirklich was. Ja, komm mal bitte hier runter. Vielleicht... aber es ist ja auch viel zu hoch, wo wir grad sind. Also hier so die Höhe müssen wir suchen. Ja, dann lass hier einfach ihn irgendwo hin meinen. Dias! Echt? Ja. Wenn ich jetzt sehen würde, wo du bist, wär alles gut. Ich krieg das Achievement nicht, aber ich hab hier Dias. Ok. Hä? Du hattest ja schon. Hä? Ja, aber ich hatte ja keine bekommen. Hier, ich bin links von dir. Hinter dir. Hier bin ich eben runter... ich hab mich eben runter gebaut. Ja gut, dann haben wir jetzt die Dias, dann haben wir jetzt elf, das reicht. Äh... Ich habe zehn Eisen. Ich habe 36. Gut. Hier, da ist noch Eisen. Bin ich noch mit. So. Ja, sorry, wenn die Folgen jetzt ein bisschen gelangweilt rüberkommen und genervt, aber... Ja, so ist das halt. Wir wollten nicht sterben. So, jetzt lass uns hochgehen. Das war einfach nur pure Dummheit. Naja, okay, eigentlich nicht. Das Blöde war einfach nur das mit der Panzerfausch, dass das nicht funktioniert hat. Ja, wenn das funktioniert hätte, ey, wir hätten die so dezimiert, ne? Wär so nice gewesen, wenn die da runter gefallen wären. Und dann... Bam, 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 bam. Hätten wir auch sie geschossen. Richtig nice. Och man Leute, das tut mir leid. Und... Ja, das werden jetzt nicht so tolle Folgen, Abo. Naja, wir können ja gleich schon wieder auf Tour gehen, Alter. Wir brauchen nur noch ein bisschen Gunpowder. Äh, ja, meine Creeper haben nichts gedroppt. Hier. Hier war glaube ich nichts mehr, ne? Ja, genau. Da geht's raus. Aber nein. Ne, ne, hier links müssen wir und dann Star gleich das neue zuhause. Ja? Ja, es ist wieder Nacht, cool. Ich geh noch auf Creeperfarm, willst du schon mal in die Base gehen? Warte, ich geb dir mal das ganze Eisen. Gunpowder, hier das Gold auch schon, das und das. Gebe ich dir auch, die Dias auch. So, bitteschön. Und ich kümmere mich so lange um Creeper. Gleich stehen sie fix und daumen sie vor der Tür. So, wo ist, äh... Ja, zwei Creeper, das ist gut. Wupp, 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 wupp. Es sind beide einfach in die Luft gegangen. Ne, nur einer. Nice, nice. Und ich habe ein Gunpowder. Ja, ich weiß, das juckt mich aber nicht. Tür den? Ja, geh in die Basis und schmeiß das schon mal ein. Nein, ich geh jetzt so lange noch Gunpowder. Umso schneller wir das machen, umso besser. Ja. Bin auch schon auf dem Weg. Oh, Creeper. Auf dem Weg. Ja, ich geh hin, ich komm, ich komm, ich komm. Geh einfach weiter. Zwei Creeper? Drei. Ne, zwei. Kriegst du die? Ja, ja, alles gut. Die fokussieren eh dich, nicht mich. Ja, oh. Okay, den habe ich. Noch einer. Und nochmal. Ja, jetzt haben wir nochmal drei Gunpowder. Nice, nice, nice. Sogar. Weiter geht's, komm. Boah, ist da auch einer? Ne. Ich dachte gerade, da wäre einer. Ne, ich kümmer mich um alle Monster hier. Mach der krank Eingang! Wir muss wieder rum gehen, man. Das ist immer auf der anderen Seite. Checkst du das nicht, oder was? Ne, nicht wenn es dunkel ist. Auch nicht wenn es hell ist. Pass auf, bei uns könnten auch Creeper in der Base sein. Wenn die explodieren und alles geht kaputt, dann können wir noch länger fangen. Also pass bitte auf. Nichts da. Nichts da. Okay. Eisen 43, jawoll. Gold machen wir auch mal, zack. Äh, was haben wir noch? Äh, was mache ich mit den Dias? Du machst dir einen Brustpanzer bitte. Oder allgemein uns. Wer den dann bekommt. Du. Ist ja nichts. Okay. Ich habe nochmal zwei Gunpowder. Du. So, Brustpanzer war... Das ist eine Hose. Jetzt die Frage, wollen wir Snipern? Snipern? Aber Kopf, wie geht nochmal der Brustpanzer? Alles außer oben Mitte freilassen. Äh, zumachen. Entschuldigung. Alles außer oben Mitte, okay. Ah, okay. Dann haben wir noch ein Dias, ne? Ja. Eisenschwerter reichen. Hast du das Eisen gleichmäßig aufgeteilt, um es schneller zu schmelzen? Ne, aber kann ich gerne machen. Wenn du es gleichmäßig aufteilst, dann läuft es ja parallel, ne? Mein Freund. Ja, ja. Du Intellentsbestie. Ja, guckte. Frisch Kohle da. Zack, zack. Und rein mit. Ich würde gern ein Magazin für die MG irgendwas machen. Ups. Danke. Dann nochmal ausprobieren. So, dann gibt mir hier nochmal die Hälfte. Wie fändest du die Idee? Ich habe dir gerade überhaupt nicht zugehört. Sorry. Was hast du gesagt? Meine Eltern rufen mich gerade an. Nice, auf jeden Fall. Also das kann man sich schon mal machen. Ja, also. Du, 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 du. Ja, also. Du, 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 du. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin hier rum rum raufen. Rum raufen. Ich rauf. Ja, wir müssen auch noch entchanten und dann können wir wieder los. Ja, ne, Waffen müssen wir nochmal. Ja, ja. Einmal. Zweimal MP44, ein bisschen Money und dann sind wir schon glücklich. Hat Mensch noch Muni in der Kiste? Ja, ich hab noch alles hier. Drei Magazine hab ich reingepackt wieder. Oder hab ich die noch? Ja doch, die hab ich noch im Inventar. Bei dir hab ich glaub da reingepackt. Ja, aber ich würd nochmal drei machen gerne. Hast du gesehen, wie schnell die Munition letztes Mal leer war? Ja, das streite ich ja nicht ab. Das ist ja alles okay. Ich hab noch einen getötet, aber der hat leider nichts getötet. Wieso, ich habe drei Gunpowder? Wieso ist denn da bitteschön grad ein Creeper in die Luft gegangen? Ich hab doch... Hä? Keine Ahnung. So. Ähm. Also ich könnte uns eine MP44... Ah ne, ich hab das Holz nicht. Aber die Munition könnte ich uns schon mal machen. Das ist in der Box. Mach die, mach die, hol die aus der Box. Okay. Äh, wo ist es da? Oh gut. Oh, noch zwei Creeper. Perfekt. Ne, nicht Panzerschreck. Okay, eins, zwei. Wollen wir eine Panzerfaust machen? Achso, klar. Äh. Eine Panzerfaust machen. Du hast gesehen, wie viel die Damage die gemacht hat, als wir sie direkt getroffen haben. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Oh, hier noch. Gut, jetzt mach ich die zweite. Und ich habe acht Gunpowder. Okay. Aber ich fahr mich grad immer noch. Würdest du den Linn machen, wenn wir jetzt noch eine Panzerfaust machen? Wir haben gar kein Eisen mehr, sehe ich grad. Ich verzauber mal alles. Wir haben nur noch drei Eisen. Hä? Hä? Wir haben noch 40 Eisen gehabt. Naja, aber die Waffen kosten 20. Oh. Ja, dann müssen wir nochmal farmen. Scheiße. Gibst du mir den Brustpanzer oder willst du den jetzt haben? Wie sieht das aus? Ne, hier. Und das Lapis nehme ich hier auch nochmal da raus. So, was haben wir denn hier? Protection 2, die nehmen wir mit. Ach, dieser scheiß Gold, Alter. Ich will den nicht. Die nehmen wir mit. Nehmen wir die Protection 1. Ah, hier haben wir noch sieben Eisen. Und da haben wir Equal Affinity Protection. Und gut, ich hab auf alles Protection. Gut, 20 Golds sind in der Kiste. Jo. Äh, enchantest du meins kurz? Ah, ne geht der nicht mehr, ne? Nimm noch hier, hier hast du Lapis. Danke. 1. Hä, ich hab die 6... Lol, ich hab die 36 hingeworfen, da bitteschön. Äh, 27. Ne, es hat leider nur eins gemacht. So, also. Ähm, Eisen... Ja, ich geh nochmal auf Eisensuche, ne? Ich brauch nochmal ein Schwert. Hast du noch 2 Eisen? Wenn's werden ja wird. Soll ich normale Protection 1 machen? Äh, ja bitte, auf alles. Wenn's geht. Äh, ja welches mach ich jetzt davon? Weil 1 kostet 3 Lapis. Ist doch egal. Ist doch scheißegal. Wir haben noch mehr als genug Lapis. Ich brauch ein neues Schwert. Ein Eisenswert wäre ganz cool. Protection 1. Better Falling 1. Wie viel hast du jetzt? Wie viel, äh, Eisen hast du noch? Äh, 10. Gib mir das doch mal bitte. Ja, ich hab's aus mir rausgebrochen. Ah, ich hab's wieder aufgesammelt. Okay. Jetzt mische ich Stoße. Ja, gut. So, gut. Ich mach 2 Eisenschwerter. Protection 1. Da machen wir das. Ja, Protection 1, okay. So, einmal. Und zweimal. Hier hast du einmal. Okay, ich hab noch mal 4 Level. Ich mach das Eisen wieder rein. Das, äh, kannst du einmal. Ich würd einmal MG42 Moni nochmal machen gerne. Ich hab hier nochmal ein paar Sachen. Ja, folgen, Ende. Gut. Gut, ich hab jetzt auf alles Protection 1. Perfekt. Ja gut, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Hau da rennen. Eine Folge fahren wir noch. Und dann geht's weiter. Und dann... Wir können doch Moni zwar machen. Reicht doch. Ja, haben wir genug. Ja, ich weiß nicht. Ich würd gern noch MG Moni machen. Ja, 2 können wir machen. Also 2 MP44. Na, egal. Also hau rein. Bis dahin. Baaa!